Norddeutscher Rundfunk 2021 Da kommt der Handpfiff, das Spiel beginnt. Henrichs. Wenige Minuten gespielt. Was macht er draus? Florian Grilic. Der Schuss war nicht gut, kein Problem. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Leonardo Bittencourt. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Macht er gut! Das Unentschieden ist ihnen nicht genug, sie wollen das Ding gewinnen. Nachrichten... Jungen war nicht ganz gut, kein Problem. ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018